Willkommen bei den Wasserfällen von Damach Jaguar. Wir fahren jetzt Caneuing, das heißt wir springen über Klippen und Wasserfälle runter. Der ideale Best-Ager-Ausflug, je älter, desto besser. Wir wählen den besten Tool, okay? Weil wir fast am Ende haben wir eine Chance zu machen. So, jetzt geht's los, jetzt sind wir angekommen. Jetzt springen wir da in den Bergbach rein, wie bei uns. Und dann geht's den Fluss runter. Schon recht lustig. Ja, wir hoffen, alles wärmer ist es in Österreich. Ich hoffe auch. Das geht's da runter, ihr seht das, da kann man sich ansehen, da muss man einen Schritt Anlauf nehmen. Und dann geht's da runter. Und ich werde jetzt auch da runter springen. Denk ich mir mal. Ich probier's mal. Ja. Wir sind zurück. War ein schöner Ausflug hier. Wir haben viel Spaß gehabt mit den Kollegen und Kolleginnen da oben. Auf den Wasserfällen. Warte, ich kann euch sogar sagen, wie die genau heißen. Ich hab das mal extra. Damachua. Das sind die Wasserfälle, wo ihr hinfahren sollt, Leute. Das macht Spaß. Wasserfest sollte man sein. Nicht zu viel Angst vor Höhen, aber es geht. Es ist nicht so schlimm. Und es ist eine große Freude, da auf den Dschungel zu gehen und dann über das Wasser wieder runter zu kommen. War ein echter Spaß.